Wahrscheinlich auch das, was ich noch brauche. Oh, ein Joystick, ein Alter. Geil. Oh, scheiße. Hm. Das sieht weniger gesund aus. Und da drin ist alles, was wir brauchen. Oh, da ist eine Luke. Mal gucken. Nee, genau. Ich steu hier gerade jeden, was wir sehen hier drin. Das ist doch nicht umsonst. Hier was. Also warten kann man. Ja, da waren wir noch drin. Ja, wie komme ich da jetzt rein? Die ist zu. Oh. Ah, hier. Ah. Ja. Spiele gerade das Horrorspiel. Guckst du das jetzt? Ja. Okay. Nicht, dass du abträumt hast. Kann passieren. Du kommst zur Kuschel. Genau. Na, soweit sind wir schon mal. Die S.O.N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist jetzt schon. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station. Und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie. So um jemanden rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche. Scheiße. Es ist kalt. Ich glaub das Scheiß-Teil funktioniert nicht mal. Komm, gib her. Hm. Oh, es steht eins nur Liverpool. Okay. Okay. Wer gegen wen? Äh. Dort gegen Liverpool. Ach so. Okay. Lossyon. so gucken wir mal was hier gibt viele nette sagen ich habe das richtig ausgesprochen also wenn sie noch nicht mal ihren namen sagen können dann kann das ewig dauern ich will nur etwas über ihren chef erfahren er hat sie alle ganz schön in die scheiße geschubst irgendjemand muss doch verantwortlich sein ich werde dafür sorgen dass jemand verantwortlich vielleicht ist unser freund ja noch schüchtern doch auch schon wieder so dann kriegen wir jetzt auch bestimmt die anderen auf so 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 clever ist dass ich das ja alles entferne geht im zweifelsfall schöner hin los schnaps inventar voll können wir was basteln fehlt gut lassen wir das erstmal liegen lassen dann können wir das nachher vielleicht noch holen so hier war nichts zu machen da fehlt uns noch das gerät für so hier war kichas Vielen Dank. Ganz ruhig. Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft es nämlich nicht so toll. Du hast fast explodiert. Alles hat gewinnt. Läuft nicht so toll, ist aber... Das ist der beste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommtzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Sistech-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Sistech-Turm im Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da dauern so einige Gefahren. Okay? Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey! Keine Bewegung! Oh, okay! Okay, wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin Sean. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna? Na los, okay? Es... Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich hab da Geräusche gehört. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Du bist sicherer. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Ja, ich hoffe auch, dass es das noch gibt. Ja, dann gehen wir auch frei ans Werk. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Wäre mir jetzt so anhiebend aufgefallen. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön! Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein! Was anderes! Ein Monster! Hm. Das klappt ja schon wieder perfekt. Ja. Ja.